Was bringt mir eine Kulturanalyse? Eine Analyse Ihrer Unternehmenskultur kann Ihnen helfen, Ihre unternehmensübergreifende Kultur zu verstehen und ein Gesamtbild der vorherrschenden Verhaltensweisen, Normen und Einstellungen zu erhalten und das Verständnis für das Unternehmen und seine Arbeitsweisen zu verbessern. Zusätzlich kann sie als Grundlage dienen, Unternehmenswerte oder ein Unternehmensleitbild zu erstellen oder auch erneut zu hinterfragen. Durch eine Kulturanalyse können Sie auch potenzielle Schwachstellen Ihrer Unternehmenskultur und die größten Unterschiede zwischen Management und Mitarbeiterinnen-Sicht identifizieren. Auf Basis der Ergebnisse erhalten Sie von uns beispielsweise gezielte Handlungsempfehlungen, um Maßnahmen zu ergreifen. Zusätzlich hilft eine Kulturanalyse der Identifikation Ihrer Stärken. Sie kann zur Verbesserung der Kommunikation beitragen, die Mitarbeiterbindung erhöhen und beim Recruiting helfen. Das ist eine Kulturanalyse der Kulturanalyse der Kulturanalyse der Kulturanalyse. Die Kulturanalyse der 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 Kulturanaly Vielen Dank.